So schlecht sieht der Wochenstart gar nicht aus aktuell. Die Märkte sind am steigen, allerdings macht man sich natürlich die Sorge, ist das jetzt dann wirklich alles schon vorbei mit der Abwärtsseite, ja oder nein. Wir schauen uns mal an und gucken mal, wie es da aussieht beim DAX beispielsweise, wenn wir im 5 Minuten Chart gucken, nochmal ganz kurz, das war jetzt hier heute ganz früh in den Morgenstunden. Wir sind auf dem Weg nach oben, was mir allerdings nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt, ist, dass der Anstieg, den wir von hier hatten, dann doch deutliche Rücksetzer zeigt, Rücksetzer zeigt, alles überschneidend, okay, das ist immerhin ein bisschen kleiner, da kann man noch die Hoffnung haben. Ich habe allerdings die Sorge, dass früher oder später die Bullen das Feld verlassen und dann die Bären übrig bleiben und der Kurs nach unten geht. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass es so passiert, das ist noch nur die Sorge, weil der Anstieg halt dann doch irgendwie noch nicht so richtig doll aussieht. Ich muss allerdings dazu sagen, so ganz klar erkennen kann man es noch nicht, denn der Anstieg war gut. Den Rücksetzer würde ich klar dreiwellig hier mehr einschätzen, da würde ich wahrscheinlich sagen, das ist wieder ein Fünfweller, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Das nehmen wir mal als eine Linie jetzt, weil wir es nicht gut klassifizieren können und es ist kleiner. Es wäre also denkbar für alle Freunde der Chart-Technik, dass das die erste Welle ist, die zweite, wir sind in der dritten Welle, innerhalb der dritten ist das die erste in der dritten, deshalb mache ich die mal kleiner, die zweite in der dritten. Wem das jetzt zu komplex ist, naja, also ganz grob, es gibt kleine und große Rücksetzer und ihr seht schon, die passen ganz gut zusammen hier und die passen ganz gut zusammen hier. Also solange der kleiner ist, ist das noch okay. Ich hatte das mal ein bisschen ausführlicher beim Dow Jones erklärt, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, solange die kleiner sind, ist das okay mit der Überschneidung. Das ist also so die Hoffnung der Bullen, denn der Anstieg per se ist ja gar nicht so schlecht, da muss man jetzt nicht total maulig sein. Was würde ich also jetzt tun? Naja, ich werde jetzt erstmal abwarten und gucken, ob der Kurs als nächstes hier irgendwo zurücksetzt, also einen Rücksetzer macht, der korrektiv ist und kleiner ist als die Marke. Das könnt ihr euch natürlich mit Zeigefinger, Daumen recht einfacher erarbeiten, wer es ein bisschen professioneller machen will, der klickt nicht so wie ich, der macht es nochmal richtig, der nimmt den höchsten Punkt, den tiefsten Punkt und sagt, naja, kleiner als die Marke müsste die Korrektur sein. Also irgendwas möglichst korrektiv hier rein und kleiner als die Marke wäre dann noch in Ordnung als eine nochmal untergeordnete Welle. Da sind wir so ein bisschen in der Argumentation von Dow, da darf der durchaus tiefer sein als der. Diese Korrektur hier ist ja auch überschneidend mit der, da wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, das geht nicht. Das ist natürlich ein krasser Unterschied, aber auch das wäre immerhin kleiner. Das heißt für alle Intraday-Freunde unter euch, die jetzt nach Long-Einstiegen suchen, die überlegen, kann ich Long sein oder die vielleicht schon Long sind und einfach sagen wollen, Mensch, wenn es runter geht, muss ich Sorgen haben, ja oder nein. Geht es so runter, bin ich noch nicht so super pingelig und wenn es dann sowas bricht, ist das eher wieder ein Zeichen für die Long-Seite, also nochmal die Fortsetzung. Aber wichtig, nicht größer als das. Gleiche Größe wie das ist beim DAX Future ungefähr bis 15.742. Als Orientierung alles, was oberhalb ist und, das ist mir wichtig, korrektiv runter geht, würde mich jetzt nicht erzürnen. Jetzt sehen wir, dass wir hier vorne noch relativ steil runter waren, da ist natürlich die Verwechslungsgefahr relativ groß. Wenn er dann wackelig hochkommt, auch mal zu shorten, wer das hier schon vermutet hat, hat aber spätestens hier erkannt, ach nee, doch nicht short. Also es ist ganz wichtig, lasst euch das auf beiden Seiten bestätigen. Viele sind dann hibbelig und sagen, ah warten, da kostet immer nur Geld und Zeit und ich sitze hier ja nicht umsonst, da lege ich schon mal los. Nee, macht das nicht. Lasst euch das wirklich zeigen, dass der Markt dann entsprechend wackelig in die Richtung, oder schwach, wackelig klingt unprofessionell, sagen wir es ganz hochoffiziell, korrektiv. Was bedeutet das? Ja, das halt wackelt. Naja gut, oder eben dreiwellig, das geht auch. Also wenn es irgendwie so aussieht, dann hättet ihr hier einen entsprechenden Trigger für die Short-Seite. Ich weiß weder, ob das passiert, noch ob das passiert. Eins weiß ich, wenn er dann das bricht, dann ist das für uns ein ganz klares Short-Signal. Ob er das tut, weiß ich nicht, aber wenn der Markt so aussieht, spätestens dann weiß ich, so in den nächsten Minuten bereiten wir uns mal da auf ein Short vor. Das ist auch der Punkt, Traden hat nichts großartig mit Hektik zu tun. Ja, selbst im 5-Minuten-Chart habe ich ja noch Vorbereitungszeit, weil ich sehe jetzt hier, dass diese Marke eine Trigger-Marke wäre für Fortsetzung nochmal nach unten. Das heißt, dann kann ich sagen, okay, dann bereite ich den Trade vor, darunter gehe ich halt auf die Short-Seite. Das ist jetzt natürlich nur vereinfachte Darstellung. Jemand hatte eigentlich völlig zurecht geschrieben, das ist, naja gut, den ersten Teil kann ich nicht sagen, ganz gut erklärt, sagte er. Ja, das lasse ich mal so im Raum stehen, das müsst ihr bewerten. Aber er sagte oder schrieb, aber handeln kann man das nicht. Da hat er nicht ganz Unrecht, denn das, was ich euch hier zeige, ist ja noch nicht ein fertiges Setup. Ich kann mir vorstellen, viele würden sich das wünschen. Das Problem ist, abgesehen davon, dass ich das nicht darf, ich kann nicht jetzt hier ein Setup, das für alle Menschen auf der Welt gleich geht. Da kommt sofort die BaFin und sagt, das ist Anlageberatung, das kannst du hier nicht bringen. Nein, abgesehen davon gibt es sehr unterschiedliche Händler. Einige lieben von euch Trefferquote und sagen, ist mir egal, ob ich mehr Chance oder Risiko habe, Hauptsache die Trefferquote stimmt. Andere sind, was das angeht, die wollen mehr Bewegung dann drin haben. Man kann nicht jetzt über das Knie, jetzt hier bei so einem Video jetzt das verallgemeinern und sagen, für alle Menschen auf der Welt ist jetzt dann der Stopp hier gut, das Trailing Mechanismus so gut, das Target so gut. Einige gucken das auf der größeren Ebene, andere haben vielleicht auch einen Broker, wo das gar nicht so sinnvoll umsetzbar ist. Also das ist schwer, das jetzt zu sagen, so müsst ihr das jetzt alle machen. Ich weiß, ihr kennt, dass wir immer wieder Trades vorstellen über den Trade des Tages oder auf Born for Trading. Da kriegt ihr ja dann konkrete Vorstellungen mal mit, wie wir das machen. Aber es ist nicht einfach zu sagen, ihr müsst das alle so machen. Da sind dann einige total unglücklich und sagen, aber so wünsche ich mir das nicht. Das müsstet ihr dann entsprechend noch gucken. Entweder ihr habt schon eine Mechanik, die ihr verwendet, dass ihr sagt, oh, das ist ein super Filter. Oder wenn ich sowas sehe, dann trade ich halt die Long-Seite nicht mehr, sondern dann trade ich halt die Short-Seite. Oder umgekehrt, wenn das, was ich zuerst gesehen habe, eher so runterkommt, dann weiß ich, dass mein Filter für den Nachmittag ist. Wenn ich auch hier vielleicht nicht Long gehe, weil ich nicht so genau weiß, wie ich hier umgehen soll mit Stopp und dem Ganzen, dann habe ich hier meinen Filter heute vorläufig eher für die Long-Seite. Denn noch ist immer die starke Seite aufwärts und die schwache Seite ist dann abwärts. Also der Hinweis ist durchaus berechtigt. Ihr müsst natürlich euer eigenes Setup dazu noch haben. Das kann ich nicht für alle jetzt allgemein gültig sagen. Genau so müsst ihr es machen, so ist das. Das geht so leider nicht. Auch wenn ich das an einigen Stellen für einzelne Trades immer mal wieder zeige, wie wir das machen. Aber auch einige sind mit meiner Art zu traden nicht glücklich, weil die eben sagen, aber Rüdiger, das oder das gefällt mir nicht oder jenes nicht. Ich würde das ganz anders machen. Und das ist auch völlig richtig. Jeder hat andere Zeiten, die er handeln kann, die er daneben sitzen kann, das betreuen kann. Jeder hat unterschiedliche Risikovorgaben, Gewinnerwartungen und Bereitschaft, auch Risiken aufzunehmen. Deshalb müsstet ihr das natürlich für euch individuell entsprechend entwickeln. Oder dann eben, gibt es ja genügend Methoden, in meinem Bond for Trading wäre so eine. Aber es gibt ganz viele andere auch. Ich mache jetzt nicht Werbung für eine Seite. Da guckt das, was für euch passt, wo ihr euch inspirieren lassen könnt, damit ihr es für euch erarbeiten könnt, wie das eben entsprechend sein sollte oder sein kann. So, aktuell zusammengefasst ist das hier eine Variante, die ich schick finde. Das ist noch relativ steil. Kleinere Rücksetzer, Korrektivkeiten. Allerdings müssten sie wirklich korrektiver Natur sein. Und das sehe ich im Moment noch nicht, weil wir ja noch keine Gegenbewegung, also hier keine Gegenbewegung zu sehen haben. Ich habe euch verschiedene Varianten aufgezeichnet. Für die etwas langsameren Trader unter euch, und das meine ich gar nicht böse, bietet sich auch noch ein Trade. Denn wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, wieso, das ist doch steil abwärts. Und jetzt Korrektiv. Der Trigger dafür wäre aus meiner Sicht diese Marke. Wenn er da durchgeht, dann bin ich relativ sicher, kriegen wir auch noch mal eine Fortsetzung nach unten. Das ist zum Beispiel eine spannende Geschichte, weil viele immer sagen, ja, guck mal, aber jetzt hast du Long-Empfohlen, empfohlen sowieso nicht, aber Long-Beispiele gemacht, Short-Beispiele gebracht, was soll ich denn da machen? Naja, eine Möglichkeit ist, wie ich es angedeutet habe, auf den Trigger warten. Jetzt gehe ich nicht Short. Warum soll ich jetzt Short gehen? Ich weiß ja noch nicht, ob er sowas macht. Dann warte ich eher auf Long, und das ist dann eine aktive Long-Situation, aus meiner Sicht zumindest mal. Wenn er allerdings das bricht, dann haben wir ja die Mechanik, steigende Tiefs, steigende Hochs, durchstoßen. Das heißt, wir haben ein realistisches Ende der Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung war die letzte starke. Naja, wenn die ein mögliches Ende der Aufwärtsbewegung ist, dann wird ja wohl die andere Richtung kommen. War die stark? Ja, also nochmal die Fortsetzung nach unten. So könnt ihr euch orientieren. Das Tief, das war das vom 28. am 12 Uhr mittags, also was wir heute Mittag hatten, das Tief. Das wäre für mich ein sinnvoller Short-Trigger, wenn der Kurs jetzt da durchgeht. Und wer jetzt ein bisschen aktiver ist, der kann ja sagen, Mensch, Herr Rüdiger, hattest du nicht eben erwähnt, steil runter, wackelig hoch, dann wäre das schon ein Short-Trigger. Richtig, meine Zielerwartung wäre das nochmal nach unten. Und dann seht ihr, dann kann ich an der, ich mache es mal groß, dann kann ich an der Stelle schon erkennen, dass mein erwartetes Ziel hier ist, und damit unter diesem Trigger hier. Das heißt, ich kann an der Stelle schon erwarten, dass wir ja auch dieses hier fortsetzen und eine realistische Chance haben, das nochmal zu bekommen. Und das ist das, was ich natürlich besonders attraktiv finde. Leider schenkt mir der Markt nicht immer solche Situationen. Aber nehmen wir mal, er macht das. Dann kann ich an dieser Stelle, wenn das passiert, sehen, Trigger wäre diese Marke. Mit Erwartungshaltung, nicht nur hier, sondern sogar hier. Ich habe alle Zeit der Welt, den Trade in aller Ruhe vorzubereiten, bis er dahin geht, und freue mich, dass ich übersichtliches Risiko habe. Ich mag gerne den engen Stop hier. Den mögen viele nicht, weil der häufig dann doch nochmal ausgestoppt wird und ich dann nochmal versuchen muss. Das ist für einige frustrierend, ist völlig okay. Dann wäre eine andere Variante, die 78er hier beispielsweise. Manch einer würde auch auf das Hoch hier den Stop legen und sagen, naja, nur nicht weiter hoch. Denn wir haben ja gesagt, wir wollen keine steigenden Hochs mehr. Also kann man sicher sein, dass wir dann raus wollen aus dem Markt. Ja, ihr seht, da gibt es drei verschiedene Stop-Varianten, die alle Vor- und Nachteile haben. Der untere hat am meisten Schwung, weil er wenig riskiert und wahnsinnig viel gewinnt. Aber leider werdet ihr da häufiger daneben liegen wie mit dem weiteren. Der hat weniger CRV, also etwas schlechteres, aber dafür die Trefferquote deutlich höher. Das müsst ihr jetzt wissen, was ihr attraktiv findet. Also wir machen häufig beide diese Varianten sogar, also ein Teil so und ein Teil so, um es ein bisschen auszugleichen. Es kommt immer darauf an, für wen welches Mandat da gilt. Aber da könnt ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen mitspielen, was für euch die sinnvollere Variante ist. Jemand hatte noch einen Hinweis gebracht mit dem Nachziehen. Wie ist denn das da? Ich mag ganz gerne so etwas wie Supertrend oder Parabolik, aber das ist häufig schwierig, den Richtigen zu finden. Und ihr könnt euch immer überlegen, wenn ihr das Ding handeln wollt, taugt dann dieser Supertrend beispielsweise. Ich erwarte ja quasi, dass diese Bewegung hier nochmal passiert, also die hier vorne nochmal passiert hier hinten. War der hier vorne gut? Nee, viel zu eng. Ja, aber wenn er hier vorne schon eng war, ich hier etwas Ähnliches erwarte wie das, dann weiß ich jetzt schon, kann ich mit dem Supertrend in dieser Einstellung nicht arbeiten. Dann könnte ich mir jetzt überlegen, ob ich stattdessen zum Beispiel sage, wie sieht denn der im Stundenchart aus? Hat den Vorteil, ich muss auch nur einmal die Stunde nachziehen. Und ich stelle mir fest, ah, ich erwarte das nochmal, im Stundenchart war der gut. Ja, der hat relativ gut funktioniert, nur gegen Ende verliert er viel. Da kann man sich dann überlegen, das machen wir zum Beispiel, je dichter man aufs Ziel geht, wechseln wir auf den Parabolik. Einige gehen auch gleich auf den Parabolik und sagen, das ist doch super, weil der macht dann, wenn der dann hier unten anfängt, wenn er weiterfällt, ist super, zieht der Stop hinterher. Wenn er dann entgegenkommt, dann kommt der Stop entgegen und dann verliert man nicht mehr so viel. Das ist vielleicht nochmal so eine Idee, wie macht ihr das? Das ist eine der einfachsten Variieren. Die benutzen wir auch sehr gerne. Die ist, der Indikator ist nicht smart, der kennt den Verlauf nicht, aber es ist eine sehr simple und einfache Methode, einfach zu sagen, ich habe nur einen roten Punkt, da ziehe ich einen Stop hin, Punkt, zack, zack, da ziehe ich ihn hin. Und wenn ich als Privater vielleicht mal einmal nicht Zeit habe, nachzuziehen, dann habe ich halt den vielleicht verpasst, ziehe ich halt von da auf den weiter, weil ich vielleicht mal eine Stunde nicht oder welche Zeiteinheit auch immer mal nicht nachziehen konnte, weil gerade irgendwie was anderes war. Also das für euch zur Orientierung. Noch lieber mag ich natürlich, wenn ich jetzt so einen Chart habe, dass ich dann das bewegungskonform, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt sowas und dann macht er sowas, dann habe ich meinen Initialen, machen wir es mal einfach hier und wenn er jetzt irgendwie weiterfällt und macht sowas, dann kann ich gegebenenfalls gemäß Elliot hinterherziehen. Das wäre aber jetzt zu kompliziert, das nochmal zu erklären hier an der Stelle. Das wäre sicherlich ein Stundenvortrag oder länger nochmal das Ganze zu tun. Aber wenn ihr euch mit Elliot auskennt, dann könnt ihr natürlich auch bewegungskonform, einfach auf die Zwischenhochs hier entsprechend hinterherziehen und sagen, okay, ich nehme da nicht die Punkte, wo auch immer die dann liegen. Die sind manchmal hervorragend geeignet. Ihr seht, also das wollen wir ja im Prinzip absichern. 15 Minuten, vielleicht ist halbe Stunde ein guter Kompromiss im Halbstundenschart. Dann ist er nicht ganz so eng, ist die Chance versehentlich rauszufliegen nicht ganz so schlimm. Aber ihr seht ja, dass er im Regelfall gar nicht so schlecht läuft in dieser Zeit. Ein bisschen knapp. Aber selbst dann, ihr dürft eins nicht vergessen, beim Traden geht es nicht darum, perfekt zu sein. Gelingt euch eh nicht. Sage ich euch jetzt schon. Und nicht, weil ich euch diskreditieren will. Das gelingt auch mir nicht, perfekt zu sein. Niemand. Ich kenne keinen Trader und ich kenne sehr viele weltweit, der das alles perfekt macht. Aber darauf kommt es gar nicht an. Aber es ist, in der Regel ist es ganz gut, wenn man es dann auf diese Art und Weise anpasst. So, das war jetzt der DAX. Relativ lang erklärt, aber ich weiß, dass viele, die sich für den DAX interessieren und ich finde das Muster eigentlich ganz gut. Jetzt habt ihr hier mal so zwei Vorgehensweisen. Ich würde es nicht ausschließen wollen für das bullische Bild, was ich gezeichnet habe, wenn er jetzt tatsächlich so machen würde. Das werden wir ja dann sehen. Würde ich nicht ausschließen, dass wir noch eine ABC kriegen. Vielleicht dann noch mal einen Abschluss runter. Denn eigentlich, wisst ihr, ich sehe das immer noch, dass es hier passiert. Ich will das nicht, keine Umrufe. Also ich weiß jetzt nicht, ob das passiert. Aber wir dürfen nicht sagen, absurd, da geht der nie wieder hin. Das wäre statistisch gesehen nicht sehr smart. Kalkuliert das entsprechend ein. Dow Jones, zumindest mal auf den ersten Blick, macht einen guten Eindruck. Theoretisch hat mich gesagt, hier wäre eigentlich eine ganz gute Wende. Aber wenn die Marktteilnehmer vorher drehen, ist ja auch ganz gut. Jetzt sehen wir zumindest im 4-Stunden-Start, dass der Markt vom Tief relativ stark nach oben ist. Über die Details kann man noch vielleicht ein bisschen nörgelig sein. Die sehen wir gleich beim S&P noch mal genauer vielleicht. Aber im Wesentlichen könnte man sagen, das ist eine erste, dann hatten wir hier eine Pause, zweite, hier eine Pause, plus durch die Nacht lang. Das ist wegen Nachthandel hat sich das in die Länge gezogen und eine fünfte. Das heißt, wir sind so halbwegs fünffällig nach oben und jetzt A, B, C. Es ist nicht so 100% toll wegen den Längen, wegen der Längen. Um es auch schön zu sagen, wegen der Längen hier ist es nicht ganz so toll, weil die dritte eigentlich ein bisschen länger, wäre es schöner. Aber naja, nehmen wir mal im Moment hin, was wir bekommen haben. Wenn er wackelig runterkommt oder dreiwellig oder für die Profis von euch korrektiv runterkommt, ihr wisst ja, was korrektiv ist, sagt, wäre dann hier ein Long-Einstieg. Und wer sagt, das sehe ich ja immer erst so spät, den vorbereiten könnt ihr den hier. Dann habt ihr nämlich den Punkt und den Punkt, ihr habt den und den und wisst, das wäre mein Trigger, falls ihr da hinkommt. Und wenn er nach unten wegbricht, habt ihr nichts gemacht. Und wenn er dann nach oben geht, dann habt ihr alle Zeit der Welt. Das wird ja mehrere Viertelstunden dauern, bis er dann da hinkommt. Dann könnt ihr euren Trade entsprechend platzieren, wenn er das so macht. Die Chancen dafür sehe ich als durchaus gegeben, denn der Anstieg ist einigermaßen okay. Jetzt ein Rücksetzer, ich mache es nochmal groß, ein Rücksetzer, ich mache es nicht groß, ich mache es doch groß, ein Rücksetzer ungefähr in diesem Bereich, sollten wir aber auch aus bullischer Sicht einplanen. Und dieser sollte, wenn es wirklich bullisch sein sollte, möglichst korrektiv eben aussehen, so wie Korrekturen eben aussehen und dann wie gesagt die Trigger, die wir da haben. Für den Fall, dass er aber nicht korrektiv, sondern so runter geht, also relativ steil, so wie wir es hier hatten oder an anderen Stellen zuvor und er dann nur wackelig hochkommt, abwärts, 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 sucht das, er triggert hier. Mutige oder sehr professionelle, die erkennen können, dass hier Wänden sind, zum Beispiel durch Umkerzen, durch Cluster von verschiedenen Widerstands oder Fibonacci-Marken, vielleicht auch Indikatorenmodelle, die ihr entwickelt habt, die dann hier, dann braucht ihr nicht auf das zu warten. Er hat eine höhere Unsicherheit, wenn ihr da shortet, hat aber ein besserer Chance-Risiko-Verhältnis. Da müsst ihr aber den Stopp ein bisschen anders hantieren, das hängt davon ab, welche Methodik ihr da gewählt habt. Das ist natürlich jetzt bei den anderen Indizes in Amerika nicht ganz anders. Wir hatten es ja letzte Woche schon angedeutet, eigentlich müsste der sowieso mal hochkommen, denn selbst wenn er noch mal tiefer geht, was ich mir sehr gut vorstellen kann, es ist nicht Pflicht, dass er es macht, aber es vorstellen könnte ich es mir sehr gut, als Ansatz hier vorne das nochmal. Nicht alles, was ich mir vorstellen kann, passiert im Leben, aber wir können jetzt nicht sagen, völlig absurd, aber wenn wir diese Bewegung jetzt hier irgendwie nach oben, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das nochmal macht. Und wir hatten hier ebenfalls, so ähnlich wie wir es beim Dow hatten, eine erste, hier vorne Korrektur, das hier Korrektur, die ist länger wegen der Nacht, da müssen wir ja irgendwie die Zeit totschlagen, bis sie wieder da sind. Und dann nochmal das, das ist ein Fünffäller, wenn wir hier Korrektiv jetzt runtergehen, auch hier nochmal gemessen, S&P Future, tiefster Punkt, höchster Punkt, die Kiste ist von 4.396, aber ich würde ruhig ein bisschen tiefer, also 4.395, irgendwie sowas in Richtung, so bis hoch 4.418, irgendwie so in dem Bereich, aber wichtig, so gilt nicht. Dann kommt nämlich vielleicht sowas und dann ist es eher noch ein Short, was ja auch okay wäre. Dann hat man nochmal ein Zwischenshort gemacht, dann wären wir A, B, C und dann müsstet ihr ernsthaft aufpassen, an der Stelle ist ja das oder das möglich. Wir nehmen gerne dann Gewinne mit, also wenn wir das vorne und hinten hatten, nehmen wir gerne hier Gewinne mit, weil hier wird wieder neu verhandelt. Ja, also bitte jetzt nicht exakt diesen Punkt, ich weiß ja nicht, wie die Größenordnungen sind, aber nehmen wir mal an, es sieht so aus, dann wäre ungefähr da der Punkt, was dann beides noch möglich macht. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C und Trigger hier für Long. Alles, was wackelig hochgeht, Trigger für weitere Shorts. Stop, nachziehen, zumindest mal auf dem Einstieg, da war negativ, wollt ihr sicherlich da nicht mehr werden. Aber ihr seht, wir haben eine realistische Chance, jetzt in dem Nachmittagshandel erst nochmal nach unten und dann wird sich entscheiden, wenn das korrektiv ist, Nasdaq ebenso hier, Nasdaq eigentlich wunderschön. Wackelig jetzt hier runter, bietet Long-Einstiege. Merkt euch das, wenn er das tut, tiefster Punkt, höchster Punkt, da muss er rein. Merkt euch vielleicht noch so ein bisschen, er sollte nicht so steil, also idealerweise sollte er jetzt ein bisschen noch zur Zeit tot schlagen, um dann eben triggern für die Long-Seite. Triggert er nicht, fällt er nach unten durch, ist es kein Thema. Also aktuell, die nächsten Stunden wohl erstmal, ja Stunden würde ich wohl sagen, eher die Abwärtsseite. Wenn das korrektiv ist, irgendwas auf der Nordseite triggert, dann zumindest mal das, was wir hier haben, nochmal. Das ist der Klassiker. Das würde auch im großen Bild ja durchaus in Ordnung sein, dann haben wir halt irgendwie sowas und dann könnte er trotzdem nochmal einmal runterkommen, dann hat er halt seine blöde Korrektur dahinter sich, doch hier nochmal, dann soll er halt anschließend steigen. Also das ist noch keine Ansage jetzt, das sehen wir ja dann da unten irgendwo. Ich hoffe, dass ich euch damit inspiriert habe, wie ihr auf die Märkte gucken könnt, wie ihr das gestalten könnt. Natürlich, das ist natürlich schade, viele wünschen sich, nee, nee, sag einfach hier, da Long, da Short, aber Traden funktioniert halt nicht, leg mir mal meine Hand in den Schatten, dann müsst ihr es nicht selber machen. Wenn ihr sagt, eh, ich handel das nur eins zu eins nach, wie jemand, der das sagt, das ist dann wieder eine ganz andere Baustelle. Aber wenn ihr selber das ein bisschen aktiv in die Hand nehmen wollt und das ein wenig geübt habt, guckt, wie ihr euren Handelsansatz entwickelt. Ich stelle euch immer mehrere Varianten vor, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass ihr das so gestalten könnt, dass ihr da was Schönes draus bauen könnt, was für euch auch sinnvoll ist. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.